Die etagenübergreifende technische Versorgung einzelner Nutzungseinheiten mit Wasser, Abwasser, Heizung, Strom etc. ist in Gebäuden oftmals in Installationsschächten realisiert. Sie sind aus wirtschaftlicher und baulicher Sicht eine gute Möglichkeit, alle nötigen FAIR- bzw. Entsorgungsleitungen zu verteilen. Installationsschächte befinden sich meist zentral im Gebäudekern. Die unterschiedlichen Leitungen bzw. Leitungsmaterialien stellen aus brandschutztechnischer Sicht ein hohes Risikopotenzial dar, wenn sie nicht in den Deckenebenen fachgerecht verschlossen wurden. Häufig vorkommend sind Lüftungsleitungen aus sogenannten Wickelfalzrohren. Kabelinstallationen können vorhanden sein und stellen aufgrund ihrer Kunststoffisolierungen eine hohe Brandlast dar. Abwasserrohre aus Kunststoff können ebenfalls vorhanden sein. Trinkwasserleitungen aus nicht brennbaren Materialien sind oftmals mit brennbaren Materialien isoliert oder bestehen aus Kunststoff. Heizungsleitungen sind aus nicht brennbaren oder brennbaren Materialien verlegt. Die Installationen sind etagenübergreifend angeordnet. Kellerräume werden in den meisten Fällen als Abstellräume genutzt. Hier finden sich unterschiedlichste Materialien, die eine hohe Brandlast darstellen. Häufigste Ursache für die Entstehung von Bränden in Kellerräumen sind z.B. Brandstiftungen oder Kurzschluss. Ein Feuer kann sich schnell über die Versorgungsleitungen in den Installationsschacht ausbreiten. Sind schadhafte bzw. keine Schachtabschottungen vorhanden, dann greift das Feuer auf den Installationsschacht über. Die Kunststoffrohre und Kabelisolierungen nähern das Feuer, das durch die Kaminwirkung des Installationsschachtes verstärkt wird. Durch den Installationsschacht breiten sich Rauchgase und Flammen etagenübergreifend in die Nutzungseinheiten aus. Schnell geraten die durch den Schacht versorgten Wohnungen in Brand. Durch das sich rasch ausbreitende Feuer sind alle Nutzungseinheiten, die über den Schacht versorgt werden, von der Zerstörung betroffen. Personenschäden sind wahrscheinlich. Sachschäden und Nutzungsausfall sind eine enorme persönliche und wirtschaftliche Belastung. Die SVT-Installationsschacht-Verfüllung ist eine kostengünstige Möglichkeit, Brandschutzertüchtigungen im baulichen Bestand durchzuführen. Sie verhindert im Brandfall die Feuer- und Rauchausbreitung in andere Nutzungseinheiten. Das System erfüllt die baurechtlich geforderte Feuerwiderstandsklasse I90. Zunächst verschafft sich der SVT-Mitarbeiter mittels Videoendoskopie einen Überblick über den Zustand und die Belegung des Installationsschachtes. Bei diesem Verfahren müssen nicht zwingend Wandöffnungen erstellt werden. Durchführungen von Kabeln, Rohren und Lüftungsanschlüssen werden brandschutztechnisch bewertet und, wenn notwendig, ertüchtigt. Für die Einblasdüse wird nun zerstörungsarm eine kleine Öffnung erstellt. Mittels spezieller Maschinentechnik wird das Granulat pneumatisch über ein flexibles Schlauchsystem zur Einblasdüse gefördert. Die Steinwollflocken werden mit der speziell entwickelten Technik eingeblasen. Die Maschine sorgt für den richtigen Druck, um eine homogene Verfüllung mit einer Rohdichte von 100 bis 120 kg pro Kubikmeter zu erreichen. Das Material verfüllt hohlraumfrei den Schacht. Vorhandene Installationen werden umschlossen. Die Arbeiten wiederholen sich etagenweise, um eine vollständige Verfüllung zu gewährleisten. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch über die verfüllten Installationsschächte ist damit ausgeschlossen. Vorteile der SVT-Installationsschachtverfüllung Geringfügige bauliche Eingriffe Ökonomischer gegenüber herkömmlichen Verfahren Brandschutz gemäß Feuerwiderstandsklasse I90 Schallschutz Verhindert Geruchsübertragungen Keine Sonderlösungen für die Abschottung verschiedener Medien erforderlich Im Neubaubereich einsetzbar Andere Merchens莱夥 Vielen Dank.